Jo wieder zurück mit dem krassen Hacker Video Ich höre meine eigene Hapstermucke und schaue gerade Hacker Video an Da hacke ich gerade die Google Wie man sehen kann, da hacke ich gerade die Google Da ist der Google Server den ich angezapft habe und gedownloadet habe Da ist der Raumfahrserver Und da sieht man schon mal den nächsten Hack den ich da vorhabe Da tue ich Yahoo und Facebook anzapfen Ich habe gerade schon 15 Konten wie man sehen kann Der Download ist gerade fertig, da ist das Download-Kabel Schon fast alles fertig Damit gebe ich zurück in mein Lifehack-Studio Falls ihr das machen wollt, fragt es mich in den Kommentaren oben Und dann gebe ich euch das auf Twitch die Information Ciao Leute